Und Direktorin Bloodgood betonte nochmals, dass sie nicht eure Monster-Mami ist. Ihr müsst euer Ektoplasma selbst wegputzen. Und jetzt bitte ich um drei Riesenheuler für die Schreißcreme unseres Monsterschul-Café. Schreißcreme mit bunten Regenbogen-Streuseln? Ha, habt's echt drauf. Gibt's nicht? Ha, 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 wie krass. So viele Monster. Hey, hier dritten. Ja. Ich bin eben viel zu heiß. Meine Schreißcreme. Fünf-Sekunden-Regel. Danke, Starobain. Bully-Castly. Nicht so gierig, Völlerei. Es ist mir eine Ehre, als Monsterschulsprecherin euch unser neuestes Monster vorzustellen. Frankie Stein. Hallo, Frankie. Ich bin Frankie. Frankie Stein. Ich bin 15 Tage alt und meine Pronomen sind they, them. Ich bin so aufgeregt und hab für euch eine ganze Rede geschrieben. Aha. Das Monster-Lexikon definiert eine heiße... Ist alles okay? Äh, tut mir leid. Ich wollte echt... War nur ein kleiner Schock. Oh nein, ein Mensch! Alles gut. Bitte, ich bin ja... Ihhh, ich werd hier mit Frankie-Teilen beworfen. I gett, du Ekelmensch. Oh, der? Habt ihr Angst? Wieso? Bitte, Monster, beruhigt euch! Äh, ist schon gut. Ich bin echt cool. Hi, ich bin Draculaura und ich fürchte mich bestimmt nicht vor einer, die so einen dramatischen Auftritt hinlegt. Frankie, Frankie Stein. Begrüßen Menschen Monster immer, indem sie sie mit dem Hintern zerquetschen? Und so gehörte ich plötzlich dazu. Meine Instinkte hatten mich zu einer Schule für Monster geführt.